Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie ihr Lichtlein Nummer 5 craftet, weil im Moment ist es ja noch so ein bisschen geheimnis. Ich dachte nämlich auch man bekommt das mit Slash Advent, aber man muss die anscheinend craften. Und zwar braucht man dazu Lichtlein Nummer 1 Köpfchen, wartet wir nehmen uns mal hier einen raus. Man braucht Lichtlein Nummer 2 Leute, dann braucht man noch Lichtlein Nummer 3 und dann braucht man Lichtlein Nummer 4 noch. So, ihr habt jetzt diese 4 Köpfe wie ihr seht schon. Slash Craft und dann, bam, 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 kriegt ihr diesen Adventskopf? Ich mache das jetzt mal nicht Leute, weil ich habe schon ein Zählstück davon gecraftet. Ich wollte euch einfach nur ein ganz kurzes Tutorial dazu geben, wie ihr die craften könnt, damit ihr nicht denkt, ja ich weiß nicht wie ihr das machen könnt und nicht irgendeinen bezahlen müsst mit euch, der sagt für 5K. Gut Leute, die nächsten Tage wird nochmal ein Video kommen dazu, wie ich jetzt mit meinen ganzen Lichtleinköpfchen weiter verfahren werde. Und ich würde euch sagen, wenn euch dieses kleine Tutorial, ich würde gerne ein Abo, ein Like da lassen und dann bis zum nächsten Mal. Tschaui.